Musik Einfach Kunden gewinnen 250 handfeste Vertriebs-Tipps helfen auch Ihnen, einfach Kunden finden. 90% der Unternehmer haben Angst, Kunden zu gewinnen. Der Autor, Meinert Müller, hilft aus diesem Dilemma. Ja, gute PR ist, wenn 200 Zeitungen über Sie, Ihre Angebote, Ihre Initiative oder Ihr Produkt berichten. Noch besser ist, wenn dies alles in einer einzigen Woche passiert. Denn das schafft einen hohen Bekanntheitsgrad und Image. Und dies wiederum, verehrte Zuschauer, ist wirkungsvoller als 10 Werbespots im Fernsehen. Wie Sie bestmögliche Aufmerksamkeit erregen können, dies ist Teil des Inhalts vorliegender Schrift. Sie lesen hier eine Strategiesammlung von einem, der am eigenen Leibe erlebt hat, die Werbegelder gezielt gut gemeint eingesetzt wurden. Verlust und Gewinn wurden als Folge von Entscheidungen bewusst getragen und akzeptiert. Starten Sie jetzt mit diesem Wissen. Ersparen Sie sich diese enormen Werbekosten, wenden Sie nur einige der nachfolgenden im Geschäftsalltag gereibten Methoden an. Machen Sie es einfacher und lassen Sie sich vom Autor dieses Werkes persönlich beraten. Sie werden sehen, Sie werden bedeutend mehr Erfolg haben. Machen Sie es einfacher und lassen Sie sich vom Autor dieses Werbespots im Auftrag des Werbespots im Auftrag des Werbespots im Auftrag des Werbespots im Auftrag des Werbespots. Machen Sie es im Auftrag des Werbespots 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 im